Hallo Leute, hier ist Andreas, ich bin der Leiter von Esche Jugendkunsthaus und ich wollte mich auch mal bei euch zu Wort melden. Wir sind hier in der Leeren Esche, kommt doch mal rein. Schaut wie leer es ist. Ja, Simon ist auch da, neun Sieger. Genau, wir passen hier auf, dass wir uns nicht anstrecken, dass wir uns mit Abstand begegnen und sind ansonsten hier sowieso recht einsam, weil überhaupt nichts los ist. Und wir hoffen, dass wir so bald wie möglich wieder für euch öffnen können. Sobald wir wissen, wie es weitergeht, melden wir uns bei euch auf Instagram, Facebook, über den Newsletter. Folgt uns, guckt was wir machen, schaut unsere YouTube-Videos, die Tanz-Videos, die Graffiti-Videos. Bleibt ein bisschen dran, ich hoffe ihr vermisst uns auch ein bisschen, wir vermissen euch. Wir sehen uns bald und so bald wie möglich. Bis dann. Bis dann.